Was bist denn du? Ah, dachte ich's mir doch. Ah, war ja klar. So, tschüss. Sonstige Überraschungen, die zum Beispiel... Ah, war's? Nee, nur ein roter Schlauch. Hopp. Und dann... Einmal hier hinunter. Hey! Arschlöcher. Ah, ist nur die Tür. Gut. Na dann. Du bist tot. Und du bist tot. Und... Du willst schon wieder explodieren. Au. Inangenehm. Ich sage au. Hat mir gar keinen Schaden gemacht. Läuft bei mir. Wenn das mal so klug ist. Scheint auch nicht kaputt gehen zu wollen. Ist vielleicht besser so. Oh. 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 hat er sich gerade etwa geheilt der arsch klar jetzt haben sie ja vollkommen übertrieben hier praktisch ah hell hier okay cool dann wohl mal hinab steigen ja ja ha ja 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 Ah, ich bin... Okay, vielleicht soll ich das nicht aus der Entfernung machen. Ha! Hopp! So, du bist tot. Die können nicht so schnell laufen, ey. Finde ich nicht gut. So, da hinten ist wieder ein Kaptar. So, tschüss. 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 Ja, auf die Distanz ist die nicht so super. Aber dafür macht sie einiges an Schaden, wenn sie den trifft. Was sie auf die Distanz eben nicht so tut. Also den. Ah, was ist denn los? Verfluchte Leibeigene. Finde ich jetzt nicht so lecker, ehrlich gesagt. Ah ja. Die nächste Energiewaffe. Heute gebt ihr mir aber. Wenn ich sie überhaupt noch mehr verwenden. Aber tue ich halt nicht, ne? Wie sie mal wegrennen im letzten Moment. Gibt's denn das? Ah, hier. Zerliegen. Direktal 17. Taugt die denn was? Pistole. Pulsgewehr. Hm, na, weiß nicht. Dann das gleiche Spiel noch mal, hab ich nicht gedacht. Hast du das gehönt? Ja. Sort of. Was sind denn da für komische Blitze da hinten? Was liegt denn hier rum? Ähm. Ja. Ah, da sind also die Verfluchtschäden verschwunden. Sehr unangenehme Zeit gelassen. Huch, wie praktisch. Die lüste sich einfach auf. Ah. Sieh an. Man sollte meinen, die Energiewaffe könnte präziser auf längere Distanz schießen, aber nö. Irgendwie kann sie das nicht. Hey, auf geht's. gonna putです gut. Ow. gut Was haben wir hier bekommen? 54. Ja, komm. Nehmen wir mal mit. Was ich eigentlich tun wollte, ist, äh... Ah, Unterhose mit 71 Verteidigung. Nice. Wie viel Power haben wir jetzt eigentlich? 71. Cool. Wir sind bei den Konvertierer-Plattformen. Äh, es sieht ein bisschen zerlegt aus. Überprüft, was die Kolben blockiert. Sobald sich wieder alles bewegt, können wir weitermachen. Äh, repariere die Umwandler. Crap. Wo sind die? Hier. Wo noch? Da drüben. Na, nehmen wir erstmal den da. Anlauf nehmen. Und... Ho! So. Jetzt da hoch. Na, super. Können wir hier hin? Kommen wir hier hin? Nö. Oh, ganz. Ach so. Wie du von mir. Tja. Caution. Heavy Machinery. Bäh. 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 Ja, rate mal, was die Kolben blockiert. Komische Insektenstücke. Ich, ich... Bäh. Hm. Ah. Der erste Kolben läuft. Sie haben ihn sauber geschrubbt. Oh ja, wir haben das Problem gefunden. Die Schar hat den Kolben verschleimt. Das ist echt toll und so, aber... Hier ist es immer noch dunkel. Dann schaffen wir Abhilfe. Dann musst du wohl noch mehr sauber machen, Hüter. Habt ihr nicht irgendwie... Könnt ihr nicht irgendwo das Licht ausmachen und dann geht's besser? Nein. Damn. Ach, hier geht's noch weiter hoch. Ah, toll. Super. Da müssen wir auch noch hin. Ja, what the fuck? Darüber? Ah. Ah, verstehe. Okay. Über die conveniently arrangierten... Ah, that'll be a nope. Oh, jetzt haben sich die Hurensöhne wieder versteckt, ey. Ich hasse das so. Klatscht ganz ordentlich weg. Was ist denn da? Wo geht's überhaupt weiter? Ganz da drüben hin. Ach, scheiße. Ah, na dann. Ja? So. How about no? Hey, abtrünnigen Bein. Nee, da hab ich so wenige. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um eine Granate zu werfen. Glaub ich zumindest. Okay. Ah, Viecher. So, ich 72. Okay, cool. Aber es wird zu liegen. Ah, okay. Okay, was sind wir hier? Ah, okay, cool. Super. Ich hasse es. So richtig. Der letzte Kolben ist sauber. Das Kontrollzentrum ist immer noch dunkel. Es liegt also nicht nur an den Kolben. Du musst da rein und dir die Sicherungen anschauen. Versuche es mit der Hauptplattform. Alle Leitungen gehen da durch. Äh, geht's doch schon los. Alle Leitungen gehen da durch. Wo ist die überhaupt? Ach so, wieder da rein. Äh. Entschuldigung. Ah. Das auch noch. Hä, super. Kennst du diese Mission, die immer hinter dir ist? Egal, wohin du dich drehst. Ah, hier. Ach, wie praktisch. Ah. Würde ich jetzt tatsächlich nur so begrenzt gut heißen. Das war's schon mit der Hex. Nee, 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 nee. Hui, 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 hui. Ähm, au. Chill doch mal. Alte Riffelitsch. Oh, die immer mit ihren Schilden. Immer so, yo, ich port mich jetzt weg und darf übrigens mein Schild's wieder voll. Fick dich. Aber also, ich beschieße dich mit fett übertrieben vielen Kackgeschossen. Komische Bitch, Bitch ins Boot. Keiner weiß es. Experten streiten sich. Ey, vielleicht das nächste Zeichen. Super. Für mehr Unterhosen, die wäre es für die Fizierung. Krass. Das ist, äh, macht überhaupt keinen Sinn. Sei's drum. Die Sicherung muss hier irgendwo sein. Finde sie und leg den Schalter um. Wie ich gesagt habe. Ja, alles klar. Äh. Geil, das ist eben gut. Ja, der Strom läuft. Gute Arbeit allerseits. Wir müssen uns aber immer noch um diese abgefangenen Feindübertragungen kümmern. Ah, Mission abgeschlossen. Super. Mission beendet. Treppe Leibner Sekunden 4. Alles klar. Geht's jetzt schon wieder gleich weiter? Ich wollte eigentlich aufhören. Hm. Nope. Schaut nicht danach aus. Brich mit mir. Finde ich gut. Ah, grandiose Aussicht, oder? Dank dir funktioniert hier wieder alles. Doch es gibt noch genug zu tun. Am wichtigsten ist endlich eine Konteroffensive gegen die Rotlegion auf die Beine zu stellen. Ich habe einen Plan, aber ohne dich funktioniert er nicht. Bei der Stadtevakuierung haben wir ein Rotlegionssignal von oberster Priorität abgefangen, aber wir können die Verschlüsselung nicht knacken. Holiday sagt, es gibt Technologie, die die Archologie zum Laufen bringen kann, aber sie befindet sich im Feindgebiet. Du müsstest blind reingehen. Ist schon seit Jahrhunderten dunkel. Was wir aber wissen ist, dass die Schader und Nier Unwesen treibt. Aber wenn du dabei wärst, setzen wir den Plan in die Tat um. Alles klar. Jetzt können wir uns irgendwie... Aha. 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 Hey, lad, stell dir das Magazin des ausgerüsteten Automatikgewerks nach. Cool. Na dann. Sei stark. Neue Mission verfügbar, neue Abenteuer verfügbar, Regionstruhe verfügbar. Holy shit. Die Priorität liegt auf dem Stromnetz, Lebenserhaltung und den Waffensystemen. In dieser Reihenfolge. Schnappt euch, was ihr könnt und weiter geht's. War das jetzt besser? Nichts wirklich. Aber hier. 79 zu 100. Nice. Okay. Berichte. Ja, lass mich doch erstmal. Okay, hier sind wir. Hier ist Dieb der Diebe. Erlange die Vorreiter zurück, die die Gefallenen genommen haben. Gewalt ist hier nicht angebracht. Beruhig dich. Was? Das Rik. Hier ist ein gefährlicher Konflikt zwischen Gefallenen und Schar. Äh, die Gefallenen und Schar sind nicht dasselbe? Ah, fuck me. Die Schlachtkampagne, Utopie, das Rik, Neu-Pazifik-Arkologie. Begib dich in das Herz der Schar, um einen starken Prozessor aus dem goldenen Zeitalter zu finden und schaffe es dann noch lebendig wieder hinaus. Ich würde sagen, das machen wir jetzt nicht mehr. Ich hau mich mal aufs Ohr. Dann huste ich vielleicht auch nächstes Mal nicht mehr ganz so hart ins Mikrofon. Äh, bis dahin. Tschüss. Ja, ich bin sicher. aus. Ich bin sicher. von